Hallo! Wir sind Fabian und Christina und singen jetzt unseren neuen Song Ihr C tut weh wenn sie geht aha 1 2 3 Ihr C tut weh Ich sehe 2, wenn es geht. Aha! 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 Das war's. Wir danken euch fürs Zuhören. Und das nächste Mal. Ja, like das vielleicht schön. Ja. Nicht für alle zu verstehen. Das war's schon. Ihr könnt vielleicht auch mal ein paar Analysen des Textes machen. Ein paar Textanalysen aufschreiben und uns die schicken. Und wenn wir alles durchgelesen haben, was wir wahrscheinlich nicht alles durchlesen können von hunderten Millionen von Zuschriften, werden wir euch dann die Wahrheit, die Auflösung überbringen. Ja, bis dahin. Wenn ihr irgendwie die Backgroundmusik haben wollt, falls ihr es covern wollt und mit Zustimmung, dann sagt ihr auch Bescheid. Und ja, liked es. Schreibt in die Kommentare, was ihr daran so besonders toll fandet. Oder ob ihr einfach das ganze lieb allgemein toll fandet. Ja, okay. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Christina und Vivian. Heide. Truly schnell schön herd einzigte im den Waden. Und dann Turns die oben auch noch nicht alle. Das Morningern wegen allen Superior und Bühne auf den Boden綠łaoken. Und dann wurde das offshore zurück und��tatic immer hin. Wie denn das accessing ran, kann mannicher sein?